Hallo, hallo! Ich hoffe, es geht euch wunderbar. Die Jahreszeit geht immer schneller dem Winter entgegen und so auch in Glastonbury. In Glastonbury ist das Leben relativ normal. Man sieht kaum Maskenträger und einige finden das gut, einige finden das nicht gut, aber ich erzähle einfach nur so, was ich sehe. Und man sieht kaum Maskenträger, die Menschen gehen in Restaurants und Cafés und manchmal ist die Stadt sehr voll, manchmal ist sie nicht so voll. Und Veranstaltungen gibt es wieder, aber nicht so viel wie zuvor, aber es geht ja auch in die kühle Jahreszeit, also sind auch nicht mehr ganz so viele Veranstaltungen. Allerdings, die Frostfair wird wieder stattfinden und mal sehen, wie voll die wird. Ich weiß auch nicht, ob ich dort hingehen werde, es kommt auch das Wetter drauf an und auch wie voll es ist, aber einfach mal abwarten. Also das ist, was jetzt in der Glastonbury, in der Stadt los ist. Nun, jetzt aber was anderes. Ihr habt euch vielleicht gewundert, dass ich nicht mehr die Energievorschauen mache für den nächsten Monat. Ich habe eine andere Idee bekommen und zwar, ich bin, ja, wie soll man das sagen, seitdem wir den Virus haben, lebe ich im Zoom-Land. Ich bin ständig in Zoom und, ja, deshalb sage ich Zoom-Land und ich würde euch gerne einladen, eine Vollmond-Meditation in Zoom-Land zu machen. Das ist nämlich was anderes, als wenn ich einfach nur so in YouTube ein Video auflade. Es ist ein bisschen mehr interaktiv und vor allen Dingen, man kann sich besser kennenlernen. Es ist nicht so einfach, wenn man nur im Fernsehen glotzt. Also, deshalb ist es eine kostenlose Einladung für die Vollmond-Meditation. Was würde euch dort erwarten? Ja, erstmal kommt es direkt aus Glastonbury. Das heißt, ich erschaffe einen heiligen Kreis hier und ihr werdet hoffentlich auch die Energien von Glastonbury dann spüren. Und dann wird sich in dieser Meditation darauf fokussiert, dass wir erstmal selber uns entspannen, loslassen. Alles loslassen, was wir jetzt für den nächsten Monat nicht mehr bis zum nächsten Vollmond nicht mehr mitnehmen wollen. Und dies wird untermalt mit heilenden Frequenzen, die ihr nicht hören könnt. Und diese Frequenzen, ich kann es gar nicht aussprechen, mit denen arbeite ich seit einiger Zeit und die sind unglaublich schön und kraftvoll. Also lasst euch überraschen. Dann, ein anderer Teil der geführten Meditation ist, dass wir alle wunderbare Energie zur Mutter Erde schicken. Weil Mutter Erde und die ganzen Wesen, die da drauf sind, brauchen das. Und als Abschluss kommt dann die Energievorschau für den kommenden Monat, also bis zum nächsten Vollmond. Und das geht ein bisschen anders. Wenn ich das alleine mache, dann konzentriere ich mich eigentlich nur auf die Zuhörerschaft. Aber das letzte Mal haben wir es auch schon so gemacht, dass ich ganz einfach die Karten in der Hand hatte und zu einem Zuschauer gefragt habe, sag mal Stopp. Also habe ich die Karten alle angefasst und beim Stopp habe ich die Karte genommen. Somit ist das interaktiver und hat auch noch eine andere Qualität. Also wenn ihr Lust habt und ich hoffe ihr habt Lust, dann klickt da unten auf den Link und wir sehen uns in ein paar Tagen auf Zoom, im Zoom-Land zu der Vollmond-Meditation. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Bye, bye. Bye.